Guten Morgen! Wie geht's euch? Wo warst du denn heute Morgen? Ich habe nicht geschafft, aber bin dabei zu kommen. Ich habe 10 Minuten gewartet, aber als ihr dann um Viertel vor sieben noch nicht da wart, bin ich alleine gelaufen. Das war jetzt schon das vierte Mal. Wo wart ihr denn? Es tut uns leid. Wir wollen ja kommen, aber wir waren immer zwei Minuten. Wie schaffst du es aufzustehen? Das ist ganz einfach. Immer wenn ich laufen gehen will, denke ich an Waltraud. Wie ist Waltraud? Meine Tante. Sie ist früher jeden Tag gelaufen, bei jedem Ritter und zu jeder Jahreszeit. Ich wollte heute eigentlich auch im Bett liegen bleiben. Aber als ich dann an Waltraud gedacht habe, war es plötzlich kein Problem mehr aufzustehen. Und das funktioniert immer? Na ja, beim Laufen funktioniert das sehr gut. Wenn ich Auto fahre, denke ich übernicht an sie. Sie war auch eine furchtbar schlechte Autofahrerin. Und was machen Sie, Jennifer? Wir haben keine Tante, die Jolt. Ganz einfach. Immer wenn wir aufstehen wollen, denken wir an Nadine. Guten Morgen. Wie geht's euch? Wo wart ihr denn heute Morgen? Wir haben es nicht geschafft, aus dem Bett zu kommen. Wir haben es nicht geschafft, aus dem Bett zu kommen. Ich 10 Minuten gewartet, aber als um um viertel vor sieben noch nicht da war, bin ich alleine gelaufen. Das... Phillips, ganz schön. jetzt ist ein Online-Weiß zu haben. Aber wie hoch ist das? Dich mal? Das war eine andere Machin. Das war ein Baby. Das war ein Baby. Ich mache die ganze Zeit. Und da? Das war's für heute.